so hallo hier auf der gamsting zurück beim ballen laden ja ich habe hier schon ein paar ballen zusammen gefahren ja einen haufen hat es mir leider umgehauen jetzt werden wir den mal hoffentlich dann lebend zum anhänger bringen um den da drauf abzusetzen und dann werde ich mal schnell die autoladefunktion starten nein 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 ok lassen wir es wissen jetzt laden wir mal schnell hier die ballen automatisch so und den rest laden wir jetzt auch mal automatisch hier dass wir mit dem ballenladen hier weiter kommen ich werde sie dann am hof noch mal verteilen beziehungsweise dann sauber aufschlichten aber jetzt eben um das ganze etwas zügiger abzuhandeln hier machen wir das menschen so fahren dann den hänger mal zum hof stellen die ballen dann ja wo stellen wir dann jetzt die ballen hin ich glaube dass wir sie am ehesten hierhin stellen hier oben rein da gehen sie uns am wenigsten im weg um und ja sind dann trotzdem sauber eingelagert jetzt muss ich mir das ganze hier mal so anschauen dann machen wir hier mal F1 das war die falsche taste ich wollte hier hin genau ja wie man sieht ich park jetzt das ganze nicht ganz am rand das macht man dann händisch das ganze ich bringe die jetzt nur mal hier hoch dass sie weg vom feld sind und im trockenen liegen und alles andere wird man dann eben bei zeiten mal machen wenn man dass man die ballen hier sauber aufschlichten vielleicht hole ich mir dann trotzdem noch eine andere ballengabel die auch einen automatischen attacher hat aber eben ein bisschen anders funktioniert und vor allem auch eine höhere abstützung für die ballen also von CSZ die ballengabel denke ich werde ich mir dann mal zulegen da werden wir die fendt gabel dann verkaufen dann schalten wir das ballenladen ab und machen dabei mal die anzeige aus aber dann haben wir auf jeden fall jetzt mal ein paar ballen hier für die kühe die wir dann zum verfüttern hernehmen können aktuell haben sie ja noch genügend zum fressen also von dem her müssen wir uns jetzt da keine gedanken machen und wenn wir das nächste mal dreschen werden wir auch dann die die strohablage mit einschalten dass wir da auch nochmal ein paar strohballen kriegen und dann braucht man nur das stroh was wir jetzt noch liegen haben am hof das werden wir dann eben so noch zu den kühen rein fahren und den rest oder die nächste nächste stroh geschichte machen wir dann wirklich auch mit ballen und einmal abladen den hänger lassen wir auch gleich hier oben stehen den braucht man eigentlich drüben am hof nicht unbedingt den parken jetzt hier ein ja dann war es das erstmal hier mit dem ballen und dem grünland und dann fahren wir jetzt gleich mal hier da kann ich ja eigentlich den frontlader auch dran lassen ist eigentlich wurscht genau dann fahren wir nämlich hier mal in den wald und schauen mal ob mit dem fendt vielleicht der rückgewagen dann besser funktioniert ich muss jetzt eh schauen ob ich den irgendwie noch angehangen bekomme durch das dass der nach hinten gekippt ist das wird jetzt eine spannende geschichte ich glaube ist nämlich ihr nicht so schon mal nicht ich will jetzt aber ungern noch zurück setzen dann probieren wir es mal auf die hardcore-variante vielleicht kann man die baumstimme irgendwie wieder wieder entweder komplett rausschieben wieder das wird irgendwie so oder so nix irgendwie aufnehmen jetzt bin ich hier auch noch in den bäumen drin wird wahrscheinlich immer noch nicht funktionieren so wie das aussieht ja im schlimmsten fall muss ich ihn echt mit dem frontlader vorne anheben und dann hinten anheben und auf der anderen seite mit dem traktor dagegen oder dann zum ankuppeln hinfahren na jetzt war es sogar da na Mist jetzt hat es noch mal einen tick gehoben und jetzt komme ich wieder nicht mehr hin ach ist das ärgerlich okay dann probieren wir das ganze anders schauen wir mal dass man ja ich habe den Granau noch so blöd stehen lassen dass man dann nicht richtig hinkommt so aber jetzt sollte das so end dann die mal abhängen hier jetzt hoffe ich dass ich den angehängt krieg ja schaut gut aus okay dann eben doch so sehr sehr ärgerlich das ganze aber hilft dir nix ähm ich wollte eigentlich so und einfahren und ja aber sie bewegen sich nach wie vor noch nach hinten gott dann schmeißen wir sie erstmal komplett wieder raus hier aus dem hänger dass man den an den fendt anhängen können und dann hoffe ich dass das funktioniert dass sie eben nicht wieder raus rutschen hier das ist echt nervig und wie gesagt das hatte ich nie woher jetzt bin ich ja noch hier an den schieneregler angekommen so jetzt sollte das eigentlich funktionieren dass der nicht wieder hochkippt ja perfekt genau so und hier hängen wir wieder die rückgezange an so wieder zu nah dran so jetzt gut den stellen wir erstmal wieder ab dann probieren wir es mal ich hoffe dass das jetzt funktioniert dass beim fendt eben die baumstämme nicht so rumrutschen und der dann hier alles wieder entlädt das wäre ärgerlich wenn das jetzt immer so ist weil dann muss ich mir einen standard traktor dafür holen weil dann geht es einfach mit anscheinend mit mod traktoren nicht aber wie gesagt das wäre ärgerlich so kommst du hier her so 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 noch ein bisschen auf bisschen aufmachen geht wieder nicht bis jetzt bleiben sie liegen so wie sie sollen jetzt hoffe ich mal dass das auch so bleibt dann müssen wir halt den fendt zum waldarbeiten hernehmen macht mir jetzt auch nichts aus und in naher zukunft wird es dann eh einen lkw mit rum in aufbau geben sobald wir hier mal ein bisschen mehr dann im forst machen beziehungsweise dann auch natürlich das nötige kleingeld dafür haben und es gibt eine große nachfrage nach schweinen habe ich leider noch nicht müssen wir dann wohl wohl oder übel auf die nächste warten so 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 jetzt schaut es gut aus jetzt bleibt auch alles wie es wie es soll hier drin liegen dann machen wir hier mal die stützen wieder hoch und jetzt erst mal bei den kurzen stücken fahre ich noch dahin wo er wieder an den schieberegler gekommen ja das muss ich vielleicht auch noch ändern die tasten belegung hier vom schieberegler ist leider genau da wo ich immer mit der hand drüber gehen und dann erwische ich ihn einfach zwangsweise immer wieder und das ist blöd weil dann dreht sich eben der hänger ein vielleicht werde ich das auf ein paar tasten legen wo ich wirklich drauf drücken muss dass die aktiviert wird ach jetzt wisst ihr was jetzt probieren wir was aus wenn wir die diese zange schon hier haben nicht so gut wenn man hier irgendwo dagegen fährt so dann probieren wir mal hier schauen wir mal diese zange hier was kann ich bin aber tief runter dann lassen wir sie erstmal noch da ist auch schon wieder mal die steuerung nicht so wie sie eigentlich ist sondern auch wieder verdreht das ist natürlich etwas nervig muss ich sagen wenn modder da immer wieder so eigene eigene tastatur belegungen dann machen weil man einfach sich dann nicht jedes mal bei jedem mod muss man sich irgendwie umstellen dass man die steuerung benutzen kann beziehungsweise oder halt dann wirklich im mod die steuerung dann aktiv umstellen wobei mir das auch nicht wirklich spaß macht jeden mod irgendwie hier nach zu bearbeiten ja ist ein bisschen blöd nervt mich auch ein bisschen mittlerweile dass man da nicht mehr auf einfach die standard belegung dann auch wirklich acht gibt dass die in ordnung ist sondern einfach irgendwie das ganze so macht wie man es gerade gerne hätte das ist einfach blöd das ist einfach blöd aber naja hilft ja nichts das müssen wir mit leben oder eben selber ändern geht zwar auch aber kostet halt auch immer einen haufen zeit die ich gerne lieber ins spielen investieren würde und nicht in die änderung von irgendwelchen mods das war natürlich sehr passgenau das war natürlich sehr passgenau ich bedanke mich fürs zuschauen morgen geht es wieder weiter mit forst bis dahin macht es gut und ciao 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 ciao